Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Inoji, Rewe und der Kaffeerösterei Benslips. Schach, das Wort ist aus dem persischen Wort Schar hergeleitet und bedeutet König. Zu Recht wird also auch dieses alte Brettspiel ein königliches Spiel genannt. Das Ziel, den Gegner Schachmatt zu setzen, also die als König geltende Figur als unabwendbar anzugreifen. Schach, es wird eben nicht nur an dem jedermann bekannten Schachbrett mit den 64 Feldern und den entsprechenden Figuren König, Dame, Läufer, Springer, Bauer und Turm gespielt. Immer häufiger findet man solche Freiluftschachfelder, wie hier auf dem schönen Dorfplatz im Lippedorf Fährler, an dessen Haupteingang für das königliche Spiel Feld und Figuren in respektabler Größe jedermann zur Verfügung stehen. Ein Angebot, das auch jüngere Schachanhänger in der Kernstadt vermissen. Ich fände das sehr schön, wenn wir auch so einen Freiluftschach in Salzkotten hätten, nämlich dann könnten wir am Wochenende oder so mit Freunden aufs Fahrrad und dann dahin fahren und Spaß haben. Ich spiele schon seit ungefähr einem Jahr Schach und ich finde es hier beim Freiluftschach schön, weil man draußen spielen kann, bei schönem Wetter, kann sich mit Freunden treffen und ich würde es toll finden, wenn wir das in Salzkotten auch kriegen würden. Die Eröffnung, wie der erste Zug einer Schachpartie genannt wird, ist schon getan. So traf sich kürzlich eine Gruppe Schachbegeisterter in der historischen Ölmühle. Unter Federführung von Heinz Schlefink erörterte man die Fragen des Standortes einer Freiluftanlage sowie deren Finanzierung. Dabei wurde der neu gestaltete Franz Kleinepark als geeigneter Standort angesehen. Hier haben schon die Anhänger des Buhl- oder Betonspiels ihr Domizil gefunden. Mit eigenen Mitteln und viel Eigenleistung ist die Spielfläche entstanden. Da läge es ja nahe, auf diesem Wege dem Freiluftschachbrettfeld rasch näher zu kommen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Das gilt sicherlich auch für solche legendären Schachgroßmeister wie Bobby Fischer und Juri Gasparow sowie Partien Mensch gegen Computer. Und im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn, dem weltweit größten Computermuseum, ist mit dem sogenannten Schachtürken der Nachbau einer geheimnisvollen Maschine zu sehen, an der die damaligen Großmeister reihenweise scheiterten. Wir stehen hier vor dem sogenannten Schachtürken im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Es ist ein voll funktionsfähiger Nachbau des Originals, das 1770 am Hofe Maria Theresias in Wien vorgeführt wurde. Wolfgang von Kempelen hat dieses damalige Wunderwerk der Technik gebaut, der Kaiserin vorgeführt. Und die ganze Welt war erstaunt, dass dieser Automat scheinbar Schach spielen konnte gegen die besten Spieler seiner Zeit. Er hat auch gegen Napoleon zum Beispiel gespielt. Und Jahrzehnte hat es gebraucht, bis das Geheimnis gelüftet wurde, das ich hier jetzt gar nicht verraten will. Aber es ist natürlich ein Trick, mit dem gearbeitet wird. Es war nicht ein realer Automat, das ging damals noch nicht. Und das Original ist verbrannt im 19. Jahrhundert. Und wir haben uns vor knapp 15 Jahren dran gemacht, das Gerät den Schachtürken nachzubauen. Und seitdem ist es eine der Hauptattraktionen hier im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Vom Ausflug in die Schachhistorie nun zurück zum Projekt Freiluftschachanlage. Der erste Zug ist getan, sozusagen die Selzereröffnung. Die Partie läuft. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innoji, Rewe und der Kaffeerösterei Benslips.